Hallo Freunde von ARK, nun zeigen wir wie mein Ankylo-Baby ausbrütet. So, jetzt sind wir live dabei. Meine Kollegen-Stellen ist in die Ecke und es müsste jeden Moment rauskommen. Ich bin schon gespannt wie die Bärte sind. Die Frames sinken natürlich gerade ab, aber ich hoffe es reicht. Oh mein Kollege. Und da ist es, da ist es. Oh, wie schön. Und Level 166. Oh, ist das süß. Schauen wir es uns gerade mal an. Ah, wunderschön. Ah, immer schön bei einer Geburt dabei zu sein. Wie gesagt, wir haben ein Level 180 Spino, dann haben wir sehr viele Mammuts und es folgt noch viel, viel mehr. Ach, ist das süß. Süß, der Kleine. Okay, weitere Videofolgen, schaut einfach auf meinen Kanal. Wir sind im Moment nur noch am Ausbrüten, Tag und Nacht. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Schreibt mir gerne Kommentare oder gebt mir ein Like, es würde uns helfen, den Kanal weiter aufzubauen. Wenn ihr uns mal besuchen wollt, wir sind auf dem PvE Offizieller Surfer 323. Macht's gut, Freunde und tschüss.